Erschreckend gut. Geheuer. Geheuer. Erfolgreich. Monsters of Content Marketing. Frauenpower für die Monsters. Nora Wohler hat mit Susann Hoffmann 2014 Edition F gegründet. Anspruch, in die Lücke zwischen Frauen und Wirtschaftsmagazinen stoßen. Sechs Jahre später ist aus dem Online-Magazin längst die Plattform für Female Empowerment geworden. Inklusive Mega-Hippening, dem jährlichen Female Future Force Day. Welche Rolle Content Marketing dabei spielt, erzählt uns Nora in der neuen Ausgabe der Monsters of Content Marketing. Herzlich Willkommen. Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt. Einen wunderschönen guten Tag da draußen an unser verehrtes Publikum. Wir sind heute mal wieder auf Tour gegangen in der Nachbarschaft. Lars und ich bei Edition F zu Gast heute und haben eine der Gründerinnen, nämlich Nora, vor uns und neben uns sitzen. Hallo Nora. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ja, es ist gerne gut hier in den behaglichen Räumlichkeiten bei Sonnenschein heute, aufnahmsweise mal in Berlin. Nora, du warst mal bei Fischer Appelt. Ja, das ist richtig. Das ist ja besonders, dass aus einer ehemaligen Mitarbeiterin von uns richtig was geworden ist hier, bis dann ausgezogen da draußen, um ein Startup zu gründen, nämlich halt Edition F. Nun würde ich natürlich niemanden zum Verlassen unserer Agentur auffordern. Gerade Agentur des Jahres geworden, hier, das war ja nochmal ganz unelegant erwähnt. Also niemanden zum Verlassen der grandiosen Agentur des Jahres auffordern, aber für alle, die Ähnliches vorhaben, also vielleicht nicht Fischer Appelt zu verlassen, sondern andere Agenturen, ihre Arbeitgeber, um sich selbstständig zu machen, ein Startup aufzuziehen. Erzähl doch mal bitte kompakt, wie das gelaufen ist bei dir und was deine Mission war auch bei der ganzen Sache. Vielleicht, also Gott, bevor ich jetzt mein ganzes Leben erzähle, das ist ja dann vielleicht doch nicht ganz so spannend. Ich wollte immer Journalistin werden, so das hatte ich mir mit 13 irgendwann mal in den Kopf gesetzt und hatte dann einfach eigentlich alles so darauf ausgestellt, dass ich das machen will. Und dann habe ich tatsächlich nach dem Studium, tatatata, kein Volo bekommen. Deshalb war Fischer Appelt. Damals wollten Leute noch Journalist werden. Ja, wirklich. Hat man noch kein Volo bekommen. Ja, unbedingt. Man wollte Journalist werden, also ich wollte das zumindest und es gab auch ziemlich viele um mich herum, die das gerne wollten. Und ich habe mich bei Journalistenschulen beworben und war dann immer in den Auswahlrunden und so und irgendwann wurde mir alles zu anstrengend. Und es gab aber damals so dieses ganz starke Bild davon, wenn du einmal in die PR gehst, dann kommst du nie wieder zurück in den Journalismus, dann bist du für alle Zeiten verdorben und so. Ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, weil ich nicht mehr so viel auf sowas höre. Wir haben Kollegen, die werden abgeworben von klassischen Medien. Ja, ich glaube auch. Da gibt es schon hin und her so. Und tatsächlich hat sich das ja bei mir dann auch bestätigt. Tatsächlich war Fischer Appelt also damals Plan B für mich, weil ich dann gesagt habe, okay, wäre vielleicht auch ganz spannend. Ich interessiere mich ja eigentlich auch ein bisschen vielfältiger und finde auch diesen Beratungsaspekt gut und so. Und dann habe ich tatsächlich angefangen im Volo in der Redaktion von Fischer Appelt und habe das durchgezogen. Einiges gelernt, gehe ich mal vorne aus. Allerdings gesagt, krass viel gelernt. Das muss ich echt sagen. Also ich war nicht ihr Chef, muss ich betonen. Das war vor meiner Zeit. Ja, es war vor deiner Zeit. Wobei ich denke, ich hätte auch von dir einiges lernen können. Und es war jetzt auch nicht nur, dass ich von meiner Chefin oder von meinem Chef viel gelernt habe, sondern irgendwie vom ganzen Team. Ich weiß nicht, ob mir das damals so bewusst war. Aber jetzt merke ich das immer noch richtig viel. Dass Fischer Appelt dich fürs Leben geprägt hat. Ja, also diese anderthalb Jahre, würde ich sagen, haben mich durchaus fürs Leben geprägt. Gut. Und dann, trotzdem, trotzdem, trotz der großartigen Erfahrung in der Agentur des Jahres, muss es dann irgendwas anderes sein. Ja, das war so. Also ich habe damals, glaube ich, gemerkt, dass ich immer wieder so gegen, ich war halt im Volo, hatte nicht unbedingt die Entscheidungsbefugnis und so. Man muss sagen, wenn man zurückguckt auf, damals ist es ja schon über zehn Jahre her, ich hatte halt richtig Lust, was Digitales zu machen und ein mega Interesse für Social Media und so gehabt. Und dann haben wir so erste Gehversuche bei Fischer Appelt in die Richtung gemacht. Aber es ist nicht richtig explodiert damals. Das ist danach ja viel besser geworden. Aber wenn man jetzt so zehn Jahre zurückguckt, dann muss man sagen, war Fischer Appelt da schon ein bisschen hinten ran. Und das hat mich dann irgendwie nicht mehr so gehalten. Ich hatte irgendwie Bock, das mehr zu machen. Ja. Und dann habe ich aber ehrlich gesagt auch nochmal ein Master angefangen und so. Ich bin halt nach dem Bachelor ins Volo gegangen, habe den dann abgebrochen nach sechs Monaten und so. Und dann bin ich in der Start-up-Welt gelandet. War es zu langweilig oder? Es war zu theoretisch tatsächlich, weil ich natürlich nach den anderthalb Jahren Fischer Appelt, ich habe politische Kommunikation im Master angefangen damals und hatte wirklich das Gefühl, dass das so fernab jeglicher Realität ist, was wir da im Studium gemacht haben. Und dass ich das eigentlich alles schon konnte durch diese anderthalb Jahre FA. Und dann, ja. Und dann? Ja. Und dann habe ich so ein paar Gehversuche gemacht. Dann war ich beim Start-up in der Kommunikation gelandet. Das war dann noch neben dem Master. Als ich den Master dann aufgehört habe, ging das ziemlich schnell. Und dann bin ich Redaktionsleiterin bei Gründerszene geworden. So. Dann war es ja Journalismus. Das war dann Journalismus, genau. Und das war eine Megachance für mich, weil ich ja nicht wahnsinnig viel Erfahrung hatte im Journalismus über Praktika hinaus. Und natürlich diese anderthalb Jahre Fischer Appelt-Redaktion, die aber natürlich schon auch Kunden einfach bedeutet haben. Und hatte damals war Gründerszene eine sehr kleine Bude noch. Da waren wir irgendwie acht, neun Leute. Und ich durfte da, ja mir wurde da ziemlich viel zugetraut, was ich super cool fand. Und, ja. Und ich habe auch daran geglaubt, dass das irgendwie gut werden kann. Und dann habe ich da angefangen, die Redaktionsprozesse aufzubauen, Redaktionen aufzubauen. Und dann hat sich echt ziemlich viel bewegt in den ungefähr drei Jahren, die ich dann da war. Und dann hatte ich aber wiederum das Gefühl, da so an meine Grenzen zu stoßen, weil mir das rein Redaktionelle dann doch nicht mehr gereicht hat. Vielleicht auch ein bisschen durch die Vorprägung von Fischer Appelt, weil ich gemerkt habe, dass ich eigentlich gern ein bisschen größer und umfassender denken möchte. Und so kam es, dass ich dann durch viele, viele Zufälle und den großen Wunsch, glaube ich, dass es ein journalistisches Produkt gibt für Frauen wie mich, sage ich jetzt mal ganz zusammenfassend, kam es dann dazu, dass ich gesagt habe, Gründen ist jetzt irgendwie genau die richtige Zeit. Ich war da Ende 20. Suse, meine Mitgründerin, saß neben mir auf einer Bank. Wir haben zusammen bei Gründerszene gearbeitet zu dem Zeitpunkt. Suse hat da die Kommunikation gemacht, ich die Redaktion. Und ich erzählte ihr so von der ganzlosen Idee, ja, ich hätte irgendwie Lust, da was zu machen, aber bin mir irgendwie auch unsicher, ob ich das alleine machen soll. Und so kann ich mir nicht so gut vorstellen, irgendwie da ins kalte Wasser zu springen. Und ganz alleine zu schwimmen. Und da meinte sie, klingt gut von der Grundidee. Es gab ja auch noch gar nicht viel, muss man sagen. Außer diese absurde Idee, irgendwas zu machen für Frauen, ein cooles Produkt. Und da meinte Suse, also ich hätte Bock, das mit dir zusammen zu machen. Und dann ging alles mega schnell, tatsächlich. Das war dann 2014 oder noch davor? 2013. Genau. Also 2013 im Mai, Juni war das ungefähr. Bei Gründerszene zeichnete sich der Verkauf an Axel Springer ab. Deshalb war klar, ich hatte immer mal wieder mit Marc, meinem damaligen Chef, darüber gesprochen, ob wir sowas mal unter dem Dach von Vertical Media machen. Das war das damalige Dach von Gründerszene. Und dann war aber klar, es wird eine sehr starke Fokussierung auf die Marke Gründerszene geben, mit dem Verkauf an Axel Springer. Und diese Option gab es eben nicht mehr. So, dass ich dann sehr stark ins Denken gekommen bin. Möchte ich jetzt wirklich hier noch weiter Redaktionsleiterin sein? Ist es das, was ich irgendwie jeden Tag Finanzierungsrunden, Exits, Gründergeschichten und so weiter und so fort? Oder gehe ich jetzt den nächsten Schritt? Unternehmerin. Ja, Unternehmerin. Was war die Mission? War so, dass du das Thema Frauen eigentlich besetzt habt, weil ihr da auch so eine Businessmöglichkeit gesehen habt oder ein Alleinstellungsmerkmal? Oder war es dann doch ein Anliegen einfach? Oder wie kann man das zusammenfassen? Also ich glaube, ganz ohne eine Businessidee zu sehen, sollte man vermeintlich nicht gründen. Aber das stand auf jeden Fall nicht im Vordergrund. Ich glaube, was uns damals wirklich getrieben hat, dann auch diesen Schritt zu gehen, weil ich glaube, Ideen hat man immer viele. Und das kannte ich auch von mir aus der Zeit davor. Ich hatte immer schon viele Ideen. Aber dann wirklich diesen Schritt zu machen und zu sagen, ich mache daraus ein Unternehmen, ich glaube, denen geht man eben nur, wenn man dann auch wirklich daran glaubt und es einen nicht mehr loslässt. Ich hatte krass viel Angst damals. Ich weiß das noch, dass ich so wirklich dachte, boah, wenn das schief geht. Und jetzt habe ich natürlich auch sehr viel kritisch über andere Gründerinnen und Gründer geschrieben gehabt und so und dachte, boah, nicht, dass das irgendwie hier richtig backfired sozusagen, wenn das schiefläuft. Ihr habt dann 2014 gegründet, ne? Ja, genau. Also 2013 saßen wir erst mal im Homeoffice. Wie war die Finanzierung? Ihr habt Crowdfunding betrieben? Nicht im ersten Schritt. Also im ersten Schritt haben wir eine kleine Business Angel-Runde gemacht. Also von Menschen, von denen wir dachten, die haben vielleicht was zu Medien zu sagen, die kennen uns ganz gut, die wären vielleicht bereit, mit uns so ein Wagnis einzugehen. Da war dann dabei irgendwie eine Tina Kulo von Facebook, Simon Schäfer, der die Factory mitgemacht hat, hat investiert. Kamen euch da die Gründer-Szenen-Kontakte, die ihr in der Zeit gesammelt habt? Ja und nein. Ich würde sagen, jeder klassische Venture-Capital-Fonds hat sehr gerne die Türen für uns aufgemacht und gesagt, kommt mal vorbei und wir sprechen darüber. Aber alle haben auch gesagt, Medien glauben wir nicht dran. Also insofern, klar, wir hatten die Kontakte, aber bei uns hat kein VC investiert. Deshalb habt ihr ja auch mehr gemacht als ein klassisches Medium. Kommen wir gleich noch drauf. Ja. Ja, du, wie du schon sagtest, rein relationelle Arbeit ein bisschen wenig. Deshalb geht ja auch Edition F darüber hinaus. Was ich diesbezüglich gerne wissen würde, welches, ihr wart ja damals aus meiner Sicht so ein bisschen neues Content-Angebot für Frauen. Das ist eher in Richtung Karriere. Also eher auch ganz klar mit dem Ziel hier, mach was draus. Das wegging von so klassischen feministischen Angeboten, nenne ich es mal. Welches Frauenbild lag dem zugrunde? Kann man das so irgendwie zusammenfassen? Ja, ich würde schon sagen, dass das auch ein feministisches Frauenbild ist. Aber wir im Fokus eigentlich gesehen haben, es gibt immer noch super viel klassische Medien, also klassische Frauenmedien, die sich irgendwie beschäftigen mit Beauty, Gossip, Schönheit, Diät-Tipps, Partnerschaft und all diesen Themen, die man gerne durchblättert. Stylish kommt aber auch rüber. Also das gehört ja schon dazu. Genau, das gehört absolut dazu. Und dann auf der anderen Seite irgendwie Wirtschaftsmedien, wo ich mich nicht drin wiedergefunden habe. Also à la Manager-Magazin und Co., wo dann einfach meistens die Männer auf den Titeln sind und auch so die ganze Herangehensweise an Themen vielleicht nicht so nahbar ist. Und wir hatten das Gefühl, es muss irgendwie ein Format dazwischen geben, was das alles vereint und was eben auch nicht ausschließt. Also wir wollen weder Männer ausschließen, noch wollen wir ausschließen, dass feministische Frauen gerne auch irgendwie sich schön anziehen und sich für Reisen interessieren und keine Ahnung was. Wir wollten das gerne verbinden. Ja, das ist glaube ich so die Grundidee gewesen. Und tatsächlich der Anlass aber schon auch vielleicht ein durchaus aktivistischer zu sagen, wir haben schon auch Bock, was an den Geschlechterquoten zu ändern, an den Gehältern da draußen und so weiter und so fort. Also diese politischen Aspekte hatten wir auch von Anfang an schon mitgedacht und sind uns auch nach wie vor wichtig. Wie würdest du eure typische Leserinnen beschreiben? Ihr habt bestimmt, wie wir es ja auch gerne machen, Personas, ja, Targetgroups. Wie sieht so eine klassische Edition F-Leserinnen, wenn es die eine gäbe? Wie könnte man die beschreiben? Ein Freund von mir sagt immer, rund um die 30 und am Rande des Nervenzusammenbruchs. Das klingt so ein bisschen... Weil sie mit so wahnsinnig vielen Sachen jonglieren muss. Ja, na klar. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ganz viele Frauen, wahrscheinlich aber auch Männer, eigentlich immer in so einem Wandel sind und in Bewegung und sich Gedanken machen so, wer bin ich eigentlich? Wer möchte ich sein? Bin ich zufrieden mit dem, was ich gerade mache? Mache ich überhaupt richtig was? Oder ist es eher Stillstand? Wer will ich werden? Ja, weil es ja Zeitgeist auch suggeriert. Ja, total. Stillstand ist ja... Stillstand ist sozusagen der Tod, ja. Also mehr als je zuvor. Und ich glaube, dass das ziemlich vielen... Fühst du das gut? Können wir nicht einfach mal wieder satt sein und uns zurücklehnen? Es ist schwierig für mich zu beantworten, weil ich schon jemand bin, der Stillstand auch als nicht angenehm empfindet. Also ich merke das immer wieder bei mir so persönlich. Jetzt haben wir letztes Jahr irgendwie nichts Neues gemacht, in Anführungszeichen, mit Edition F. Und dann kommt schon jetzt keine Langeweile. Aber es ist schon so, dass ich dann denke, oh, jetzt war Suse noch viel mehr als mir. Ich bin dann immer eher diejenige, die so sagt, komm, lass mal fokussieren und so. Und an ein paar anderen Themen arbeiten, die eben auch wichtig sind. Und es ist aber schon auch so eine Getriebenheit. Ich weiß aber nicht, ob die gesellschaftlich unbedingt nur kommt, sondern es ist schon, ja, intrinsisch, kommt irgendwie einfach so. Ich finde aber, und um das zu beantworten sozusagen, ich finde es nicht okay, dass es gesellschaftlich suggeriert wird, sondern eigentlich, und das ist, glaube ich, auch das, wofür Edition F steht, beides ist in Ordnung. Also auch Stillstand kann mal ziemlich genial sein. Suse hast du schon erwähnt, die hat mal gesagt, habe ich gelesen, ihr hättet geholfen, den Feminismus in den Mainstream reinzuheben. Jetzt gilt es, die Lücke, das hat sie zum letzten Jahr gesagt, jetzt gilt es, die Lücke zwischen den Geschlechtern zu schließen, der Zeitpunkt, das Geschlechterverhältnis neu zu bestimmen. Sag ich, komm, wie ist das gemeint? Also um welche Lücke geht es? Geht es ja nur um monetäre Lücken oder, ja, und wie soll das Geschlechterverhältnis neu bestimmt werden? Also auf eurer Sicht. Es geht gar nicht nur um Geschlechter, glaube ich, sondern um Diversität, auch in vielfältigerer Art und Weise, würde ich sagen. Und die Lücken sind schon vielfältiger. Es gibt nicht die eine Lücke. Sicherlich haben wir immer noch eine Lücke im Gehalt, aber wir haben auch eine riesige Lücke, wenn es darum geht, wer nimmt eigentlich Elternzeit? Und ich glaube auch, bei wem ist die Elternzeit anerkannter? Also ich glaube, dass Väter viel mehr in ihren Unternehmen noch dagegen kämpfen, sozusagen länger mal als zwei Monate Elternzeit zu nehmen. Weil das ist super gelernt. Also zwei Monate ist so der Klassiker. Wenn man sich die Zahlen anguckt, klar gibt es da draußen auch ein paar Papas, die sagen, geil, ich übernehme hier die zwölf Monate oder wir machen 50-50, ich nehme sieben, meine Frau nimmt auch sieben. Aber in den allermeisten Fällen ist das einfach noch der Klassiker. Da gibt es wahnsinnig viel zu tun. Es sind aber auch so Themen wie das Ehegattensplitting. Wie kann sowas überhaupt sein, dass irgendwie ein kinderloses, verheiratetes Paar mehr Steuervorteile hat als ein alleinerziehender Vater oder eine alleinerziehende Mutter? Und so welche Themen, da gibt es echt noch ziemlich viel zu tun. Würdest du sagen, dass ich da seit, in der Zeit eures Bestehens, ohne dass ich jetzt den Einfluss von Edition F überbetonen würde auf die gesellschaftliche Entwicklung, aber sagen wir mal, in der Zeit eures Bestehens, was wir jetzt gut fünf Jahre sind, was getan hat bei diesen Themen? Ja, aber nicht genug. Also ich glaube schon, dass es gut war. Also jetzt politisch gesehen gibt es mehrere Dinge, die sich getan haben. Sei es die Quote in Aufsichtsräten, die ich sehr gut finde, die mir noch nicht operativ genug ist. Also ich hätte sehr gerne auch eine Quote für Vorstände. Ich finde das super sinnvoll. auch wenn das Geschrei wahrscheinlich jetzt bei einigen Zuhörerinnen und Zuhörern groß ist. Ich glaube, dass die Ehe für alle ein super wichtiger Step war, der aber auch vielleicht noch nicht weit genug gedacht ist. Ich glaube, dass so Themen wie Gehaltstransparenz sehr gut sind, das aber auch noch nicht weit genug greift tatsächlich. Ich weiß aber auch aus persönlicher Erfahrung mit Edition F, dass das Thema nicht einfach ist. Also man muss das vorbereiten und auch Step by Step angehen. Das kann man nicht jetzt von einem Tag auf den anderen machen. Muss man auch das Team ein bisschen mitnehmen auf diesem Weg. Und so welche Themen finde ich schon gut. Und, und das hat Suse damit gemeint, als sie gesagt hat, wir haben geholfen, den Feminismus in den Mainstream zu tragen. Was schon passiert ist, ist, dass es in Medien viel breiter angekommen ist, dass die Themen viel selbstverständlicher geworden sind. Und so. da sind wir sicherlich nicht sozusagen der einzige Grund gewesen, sondern es ist auch eine internationale Entwicklung. Also irgendwie eine Beyoncé, die Feminist beim Konzert hinter sich stehen hat in großen Buchstaben und so weiter und so fort. Man merkt einfach, dass die Berührungsangst und vielleicht so dieses Gefühl, oh, Feminismus ist was, das wendet sich gegen Männer und so weiter und so fort, dass das vielleicht nicht mehr so stark vorhanden ist. Nun hört man beim Gender-Pay-Gap oft, auch von Frauenseite, dass Frauen da teilweise selbst schuld sein, weil sie halt deutlich weniger hart verhandeln, als Männer sich zu früh zufrieden geben mit zu wenig. Würdest du den Punkt auch so sehen? Und wenn ja, macht ihr auch Angebote, die in diese Richtung gehen? Also trainiert ihr eure Leserin auch in die Richtung? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Tatsächlich habe ich diese Erfahrung auch in eigenen Vorstellungsgesprächen gemacht, die ich sozusagen von der Chefinnenseite geführt habe, dass viele Frauen in Gespräche reingehen und sowas sagen wie, ich hätte gerne zwischen 35.000 und 45.000 Euro. Ja, also, was passiert da beim Gegenüber? Ich suche mir bestimmt jetzt nicht unbedingt klassischerweise die 45.000 aus. oder was wir oft hören, ist sowas wie, ich bin mir unsicher, ihr seid ja auch noch ein junges Unternehmen und so. Was ist denn das, was ihr zahlen könnt? So etwas habe ich aber von einem Mann tatsächlich noch nie gehört, sondern da ist sozusagen das Bewusstsein über den eigenen Wert, wenn ich das vielleicht auch nicht immer deckungsgleich sehe, aber ist sehr klar. Also, ja, ich will das haben und ich bin das wert. Frauen haben oft eher das Gefühl, ich muss mich erst beweisen in dem neuen, obwohl sie sich ja auch in der Vergangenheit schon bewiesen haben. Frauen müssen sich häufig selber mehr wertschätzen, wenn man das so zusammenfasst. Und ich glaube auch, trauen zu sagen, was sie haben wollen. Also, natürlich gibt es das schon, dass auch, ich würde sagen, bei uns machen es Frauen mittlerweile sehr gut. Wir schreiben ja auch viel darüber und so und das Gefühl, dass es einen viel größeren Mut sozusagen gibt, jetzt auch zu sagen, was bin ich wert und was möchte ich haben. Und es gibt den Fall natürlich, dass man da drüber liegt, über das, über dem Budget, über dem, was man zahlen kann. Meinst du, Frauen haben mehr die Befürchtung, zu dreist drüber zu kommen, wenn sie zu viel fordern, werden Männer das einfach mal in Kauf nehmen? Ich weiß nicht, ob es das ist. Ich glaube, bei uns zumindest ist es oft der Wunsch, wirklich diesen Job zu machen und eigentlich der Gedanke sozusagen, natürlich möchte ich nicht unterbezahlt sein, aber ich will diesen Job haben. Okay, da steht im Vordergrund der Job und die Bezahlung ist dann vielleicht zweitrangig. Ist das aber vielleicht noch eine alte Denke, dass man sagt, jetzt überspitzt gesagt, mein Typ bringt ja die Kohle nach Hause, deshalb kann ich mich hier am Job verewigen, ohne dass ich jetzt wahnsinnig gut bezahlt werde? Also habe ich jetzt bei unserer Zielgruppe insgesamt nicht das Gefühl, dass es diese Denke noch so verbreitet gibt, aber es gibt sie sicherlich noch. Und ich glaube auch, dass es natürlich durch bestimmte Punkte verstärkt wird. Also gerade in diesem Elternzeitthema ist das so stark manifestiert, weil du da einfach siehst, dass die klassische Antwort ist, warum nimmt die Frau die Elternzeit? Ist gar nicht unbedingt, weil das Paar vielleicht findet irgendwie, ja, die Mama braucht mehr Zeit mit dem Kind am Anfang, sondern es ist immer der finanzielle Hintergrund. Weil mein Partner verdient einfach wesentlich mehr und so weiter und so fort. Ja, muss natürlich, auch Hierarchien sind natürlich ein Thema. Für Menschen in Führungspositionen ist es für nicht so einfach, mal ein halbes Jahr und ein Jahr rauszugehen. Glaube ich schon noch immer. Damit bedingt sich natürlich oft auch das höhere Gehalt, ist ja klar. Aber ich glaube, das sind einfach auch die Organisationen und die Stellung der Männer meist in der Organisation. Da sind wir ja wieder beim Thema Vorstandsposten und so weiter. Ja, na klar. Aber es wäre natürlich wahnsinnig schön, ich meine, es gibt jetzt auch nicht so wahnsinnig viele männliche Vorstände. Nicht so viele männliche Vorstände. Ja, es gibt viele männliche natürlich prozentual, aber in der Anzahl ist es dann doch relativ verschwindend gering. Man muss natürlich einfach sagen, ich glaube, in den meisten Positionen ist es wirklich möglich, mal sechs Monate rauszugehen. Ich würde das für meine Position sagen, ich würde das für deine Position sagen. Ich habe das auch nur zwei Monate versucht. Ja, ich glaube, das schafft super viel Raum und ich glaube, man muss sich so ein bisschen davon verabschieden, dass auch eine Angst, vielleicht ist die Angst auch in Männern stärker. Was passiert, wenn ich weggehe sechs Monate? Gibt es diesen Ort hier noch für mich? Ich glaube, vielleicht ist diese Angst bei Männern größer. Also eigentlich stoppt es, glaube ich, eher. Sondern, also ich habe die Erfahrung gemacht, keine Ahnung, ich bin jetzt ja noch nicht sechs Monate rausgegangen aus Edition F, aber ich hätte die Vermutung, dass sich ganz viel positiv entwickeln würde und das Schöne eigentlich wäre, dass ich zurückkommen würde und ganz viel Neues machen kann. Und das finde ich total positiv. Also ersetzbar zu werden ist eher mein Ziel als meine Angst, weil ich das Gefühl habe, in dem Moment, wo ich ersetzbar bin, ist es super genial, weil dann kann ich ganz viel Neues anstoßen und neue Dinge machen. Und ich glaube, wenn diese Mentalität mehr einsickern würde, wäre das total positiv. Und vielleicht ist das eher eine unternehmerische Perspektive auf Dinge. Und deshalb würde ich auch sagen, so diese Angst, die du am Anfang angesprochen hast, dass jetzt alle aus der Agenturwelt weglaufen und gründen, die braucht es gar nicht, weil ich glaube, man kann eben auch in den Umfeldern, wo man ist, also im Agenturleben oder im Corporate oder wo auch immer, wahnsinnig viel unternehmerisches Denken einbringen. Es muss nur das Konstrukt zulassen. Unternehmerisches Denken bietet mir eine gute Überleitung zu einem harten Thema, was den Content angeht, denn du bist ja bei der Monsters auf Content Marketing, bist hier mit einem Monster. Da kümmern wir uns natürlich auch um den Aspekt von Edition F, der Content Marketing betrifft. Und der ist nicht so klein, muss man sagen. Ihr verzichtet weitestgehend auf klassische Werbung, habt aber viele Branded Stories, also gesponserte Geschichten auch mal auf dem Aufmacherplatz, also richtig groß. Also steht bei euch schon eine große Rolle. Warum geht ihr diesen Weg und verzichtet weitestgehend auf klassische Werbung, auf Banner etc.? Ja, also eigentlich sind es zwei Aspekte, warum wir uns dafür entschieden haben, das so zu machen. Der erste ist, dass wir von Anfang an eigentlich gesagt haben, die Reichweite ist tot. Weil wir keine Lust hatten, so getrieben zu sein und so einen Klick-Journalismus zu machen. Man kann relativ leicht durch bestimmte Headlines und so den Traffic nach oben treiben. Hatten wir aber nicht so Bock drauf. Und damit auch die Anzeigenpreise? Ja. Also wir hatten wirklich Bock, irgendwie eine coole Zielgruppe zu haben, die qualitativ hochwertig ist, die immer wieder kommt, die an uns glaubt, die wirklich eine Community eigentlich mehr wird. Das war der erste Grund. Vielleicht gibt es sogar drei. Der zweite Grund war, dass wir natürlich am Anfang wirklich auch gar keine Reichweite hatten. Du kannst natürlich irgendwie mit einer Reichweite, wie hatten wir da am Anfang, 20.000 Besucherinnen, Besucher im Monat, gar keine TKP-Preise machen. Das macht ja keiner. Super unattraktiv für uns. Und das war klar, okay, wenn wir hier Geld verdienen wollen, dann müssen wir uns irgendwie ein bisschen mehr ausdenken. Mittlerweile haben wir so roundabout 600.000 Uniques im Monat. Das ist jetzt relativ lange, schon ungefähr auf dieser Ebene. War ein bisschen schwankend, aber um die 600.000. Und die Sache ist, dass wir mit Branded Content einfach auch einen stärkeren Mehrwert haben. Für den Kunden, glauben wir, für die Leserinnen, den Leser und auch für uns. Nun sind natürlich aber auch solche Storys ja auch auf Klicks angewiesen. Ja, na klar. KPIs gerne hinterlegen. Also eine gewisse Klickstärke brauche ich natürlich dann auf die Themen auch. Ja, auf jeden Fall. Also wir geben tatsächlich keine Garantien. Wir sagen immer, umso mehr Freiheit ihr uns lasst und umso besser wird die Geschichte, weil wir produzieren die ja auch in-house. Mit eurem Studio nennen sich das. Genau, richtig. So nennen wir das. Also wir haben eine eigene Branded Content Redaktion und arbeiten dann auch viel mit Freien, machen Videos und haben da so ein Team, mit dem wir sehr regelmäßig arbeiten und glauben eben, umso mehr Freiheit der Kunde uns lässt, umso mehr, umso besser wird es. Und das bedeutet, dass nicht unbedingt das Produkt im Fokus steht, sondern wir erzählen wirklich Geschichten, die wir auch redaktionell erzählen könnten und wo es eher um Branding-Effekte geht. Was sind so Kriterien für Storys von Marken, wenn die bei euch laufen sollen oder wenn die auch gut laufen sollen vor allem in Gitzkang? Kann man da so ein paar Eckpfeiler aufwischen? Ja, mit Sicherheit kann man das. Also ich glaube wirklich, der redaktionelle Anspruch muss genauso groß sein wie bei einer Geschichte, die redaktionell produziert werden würde. Das Geile ist nur, dass natürlich meistens noch ein bisschen mehr Budget da ist und man dann eigentlich noch schönere Sachen machen kann. Das heißt, auch von den Formaten her? Von den Formaten her, genau. Also wir versuchen wirklich, Text machen wir natürlich auch nach wie vor. Am allerliebsten machen wir aber wirklich umfassende Geschichten, also die eher kampagnenhaft gedacht werden, die Social Media verbinden mit Video, mit Text, mit irgendwie schönen Spielereien. Wenn auch so ein bisschen zum Beispiel aus der New York Times kennt, so wirklich schöne Landingpages, die unterschiedliche Formate zusammenbringen und so welche Sachen. und dann muss man sich einfach angucken, ja, also wie ist das Produkt, hier ist der Kunde. Natürlich muss das auch eine Rolle spielen, das ist ganz klar. Aber was kann man dazu erzählen, was Leuten Lust macht, sich genauer damit zu beschäftigen, welche Mehrwerte können wir generieren und so weiter und so fort. Wie wichtig ist Instagram dabei? Super wichtig, ja. Ist das schon von der Bedeutung her gleichbedeutend mit eurer Homepage? Ja, ich würde schon sagen, ja. Also wir sind ein bisschen auch weggegangen insgesamt davon zu sagen, nur sozusagen die Home zählt, sondern es sind wirklich alle Kanäle, die da eine Rolle spielen, weshalb auch Content natürlich sehr kanalspezifisch aufbereitet werden muss. Und ich sehe da drin auch eine große Chance. Also wirklich Sachen zu machen, die man nur bei Instagram zum Beispiel macht. Haben wir jetzt so erste Versuche gemacht. Ich weiß nicht, ob ich Beispiele nennen darf sozusagen, aber wir haben eine ganz schöne Geschichte gemacht mit den Finanzhelden von Kommen Direkt. Die, wir auch. Das sind deine Vorgänger bei den Monsters. Ah ja, siehst du. Unter anderem, also das Podcast-Team ist Kommen von Kommen Direkt. Okay, sehr schön. Liebe Grüße in die Vergangenheit, wo wir wirklich nur bei Instagram eine Challenge gemacht haben, eine Finanz-Challenge für den Januar. Jeder beschäftigt sich immer mit Fitness und diesen Vorsätzen im Januar und mit Gesundheitsthemen und so. Und wir wollten uns mit Finanzen beschäftigen, weil das ein riesiges Thema ist für Frauen natürlich. Weil tatsächlich, muss man sagen, Frauen sich bisher noch die meisten zu wenig Gedanken darüber gemacht haben. Und das kam mega gut an zum Beispiel. Es war wirklich eine Instagram-only-Geschichte, die wir gemacht haben. Was ja interessant ist, weil wir klassisch kennen wir Instagram als großen, als visuellen Kanal, wo man tolle Markensachen präsentieren kann natürlich, dass da Finanzgeschichten auch stark laufen. Das ist ja irgendwie ein neuer Aspekt auch für Instagram, oder? Ja, total. Ich glaube, dass aber auch die Tendenz stark, wir nennen es so schön, in die Sinnfluencer-Richtung geht. Also wirklich Menschen sozusagen bei Instagram, die einen Mehrwert haben über den, sage ich mal, Mode- und Beauty- und visuellen Aspekt hinaus. Das ist in den letzten Jahren noch nicht so stark gewesen, aber es kommt immer mehr. Und das nehmen wir mit Edition F mit. Und ich glaube, dass die Leute schon Lust haben, sich auch bei Instagram eben wirklich mit spannenden Inhalten zu beschäftigen und nicht nur dieses ganz Banale sich anzuschauen. Zu den Branded Stories bei euch auf der Website, teilweise auch auf Aufmacherplätzen, sehr offensiv angeboten. Hat eure Leserschaft damit kein Problem? Ist man schon auch gewohnt oder gewöhnt und stört sich nicht daran, dass ihr sehr kommerziellen Content anbietet? Ich glaube, das ist unterschiedlich. Es gibt, ich muss sagen, die Kritik hält sich wirklich in Grenzen, weil wir müssen uns ja auch finanzieren und den ganzen Journalismus mit Edition F der finanziert sich eben darüber. Den könnten wir ohne die Werbekunden nicht machen. Und es gibt immer mal wieder bei dem einen oder anderen Kunden natürlich auch mal einen Kommentar, der sagt, oh, müsst ihr jetzt mit denen arbeiten oder wie auch immer, kam vor in der Vergangenheit. Habt ihr Kunden schon abgelehnt? Ja. Weil sie Produkte anbieten, die vielleicht mit Orgadens nicht vereinbar sind oder weil sie intern vielleicht auch Strukturen haben, die Gleichberechtigung nicht unbedingt eine Chance gegeben haben? Oder weshalb habt ihr da? Das ist eine Kombination. Es gibt so ein paar Überzeugungsthemen, würde ich sagen, die vielleicht auch persönlich begründet sind. Was sind das für Themen? Zum Beispiel würde ich sagen, ich bin Pazifistin. Deshalb haben wir nicht mit der Bundeswehr zusammengearbeitet. Ich wollte gerade fragen, Rheinmetall hat doch noch keine Begierde gehabt, bei euch zu erscheinen. Das wäre jetzt aber tatsächlich auch natürlich ausgeschlossen. So welche Sachen sind das? Das sind jetzt relativ wenige. Man muss einfach sagen, man muss immer abwägen. Also auch aktuelle Themen spielen da durchaus eine Rolle irgendwie. Aber da will ich jetzt gar nicht zu viel sagen. Da haben wir auch gerade Sachen, die wir sozusagen bei uns intern immer wieder diskutieren und nachdenken. Ist das jetzt irgendwie gut? Weil am Ende muss man sagen, auch der Kunde profitiert eben nicht davon, wenn wir eine coole Sache mit dem machen, der Geld bei uns ausgibt und dann ein Shitstorm folgt. Also das ist für uns nicht schön, aber es ist auch in allererster Linie für den Kunden nicht schön. Und deshalb muss man immer abwägen, was macht man. Was war die erfolgreichste oder für beste oder bestangekommene Kampagne bei euch? Von welchen Kunden kannst du das sagen? Also einer meiner absoluten Lieblingskunden ist schon Cheese Mercedes. Ja? Weil wir da einfach super viel Freiheit haben. Also es ist ein mega dankbarer Kunde. Wir können sehr starke Geschichten erzählen. Das ist auch schon länger jetzt, ne? Läuft das noch? Es läuft immer noch, ja. Symbolisiert das auch ein bisschen eure Haltung, weil Cheese Mercedes hat ja auch so eine, signalisiert ja schon auch so ein Selbstbewusstsein einfach, ja? Mit einer High-End-Marke, die von Frauen besetzt wird sozusagen, ja? Das ist ja früher undenkbar gewesen. Ist das eigentlich in der Nutshell auch, wie ihr euch seht, ein bisschen? Und natürlich auch die richtige Zielgruppe wahrscheinlich anspricht. Ja, man muss natürlich sagen, dass Automobil insgesamt noch recht männlich dominiert ist, ne? Und mit Cheese Mercedes war Mercedes-Benz oder ist Mercedes-Benz sehr mutig, finde ich, weil sie in eine Richtung sozusagen gehen, die nicht unbedingt Sofort-Effekte auf den Vertrieb hat. Sondern es geht wirklich darum, erst mal eine Annäherung zu machen und so weiter und so fort. Aber es gibt auch wahnsinnig viele Frauen, die sich für Autos total interessieren, ja? Also braucht man jetzt ja, ne? Also so ist es nun auch wiederum nicht. Aber in der Masse, ja, sind es oft noch Männer. Wann wird noch Cheese Mercedes, Cheese Electric? Denn Nachhaltigkeit ist sicherlich auch ein Thema, was euch irgendwie am Herzen legt. Aber ja kein ausgewiesenes Top-Thema bei euch. Inwieweit wird das Thema auch in All-Stories und auch auf Kundenseite, inwieweit achtet ihr da mehr drauf? Das diskutieren wir wahnsinnig viel. Weil, wie du schon sagst, super wichtig für unsere Zielgruppe. Mit Mercedes haben wir deshalb auch im letzten Jahr sehr stark auf den EQC gesetzt. Das ist ja so neben den Smarts, die ja auch irgendwie noch dazugehören sozusagen, das erste voll elektrische Auto von Mercedes-Benz. Und es ist auch auf dem Plan, das weiter zu betonen. Tatsächlich, und das ist das schöne Denken, auch die Unternehmen ja immer mehr in diese Richtung und müssen das auch machen. Es ist wahnsinnig wichtig, auch für die Unternehmen, weil sie auch merken, dass gesellschaftlichen Wandel gibt. Ja. Insofern, ja, das diskutieren wir mit allen sehr viel. Also wenn wir ja zum Beispiel mit einem Modekunden sprechen, also ich will es nicht genau benennen, aber der sowohl Marken beispielsweise hat, die nachhaltig sind, als auch Marken, die es nicht sind, dann würden wir immer eine Kombination empfehlen. Weil ich glaube, dass das auch so das realistische Kaufverhalten der meisten Menschen ist, auch von mir. Ich achte wahnsinnig auf Qualität. Ich kaufe viel weniger und viel bewusster ein, wenn es um Mode geht. Und kaufe mir auch sehr gerne nachhaltige Mode, aber nicht ausschließlich. Also es ist eine Kombination. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen die Haltung sein muss. Also nicht jeder kann jetzt nicht mehr fliegen, nicht mehr Auto fahren, nur noch nachhaltig irgendwie sich ernähren und kaufen und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass das nicht unbedingt den richtigen Effekt hat. Aber jeder sollte anfangen, darüber nachzudenken, was kann ich persönlich tun? Und was kann mein Beitrag sein? Und das ist so die Mentalität, die wir da haben. Kommen wir zu einem ganz praktischen Thema, das uns auch sehr betrifft. Ja. Ist Gendern in der Sprache. Ja. Da wir hier bei Expertinnen sind, muss ich natürlich mal die Stellungnahme einholen. Wir sehen da ganz stark bei Kunden, dass sich da ungeheuer viel verändert gerade. Ja. Dass Kollegen, Mitarbeiter zunehmend abgewandelt wird. Ihr habt diese Sternchenlösung. Ja, richtig. Warum ist das die beste Lösung? Und was würdest du anderen Unternehmen raten, das auch so zu machen? Und inwieweit, es wird ja immer diskutiert, es macht Sprache umständlich, sehe ich auch so, muss ich sagen. Sieht unschön aus meist. Ist aber viel mehr als nur pure Symbolik. Inwieweit ist es schon auch wichtig für dich, dass das in der Sprache auch zum Ausdruck kommt? Sprache ist extrem wichtig. Ich muss sagen, ich komme ja auch durchaus aus dem Journalismus und mir ging es immer relativ ähnlich wie dir. Und ich dachte mir, es ist jetzt anstrengend immer zu schreiben, Chefinnen und Chefs und so weiter und so fort. Und es macht Sätze lang und so. Ich kenne es ja aus der politischen Kommunikation gut. Da macht man das ja schon sehr lange so. Und ich fand es immer wahnsinnig verschroben. Ich muss sagen, wenn ich jetzt Zeitungen lese oder online lese und es Medien nicht machen, stolper ich bei jedem Begriff darüber, weil ich mich seitdem wir es bei Edition F so konsequent durchsetzen, total daran gewöhnt habe und es für mich total selbstverständlich ist. Und ich merke sofort, wie das Bild in meinem Kopf ein anderes wird. Wenn ich lese über Kollegen, Chefs, Ärzte und so weiter und so fort, denke ich nicht an Frauen. Es ist einfach so. Es ist einfach nicht das, was im Kopf passiert. Und Sternchenlösung, beste Lösung oder eher, ich habe die ja zufällig, weil es nett aussieht oder wie war da die Erwägung? Ehrlich gesagt, da haben wir so ein bisschen rumprobiert am Anfang. Immer wirklich beides zu nennen, irgendwie anstrengend und lang. Mit einem großen I arbeiten und so weiter und so fort. Ja, irgendwie fanden wir es am besten. Aber ob es die beste Lösung, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Optionen. Aber es macht sehr viel. Es macht zum Beispiel auch krass viel in Stellenausschreibungen. Du hast das Sternchen oder generell das? Ja, also wirklich das Gender-Thema. Also in einer Form deutlich zu machen, hier werden nicht ausschließlich Männer gesucht und angesprochen. Da gehört natürlich in der Stellenausschreibung. Also gendergerechte Sprache ist viel mehr als das Sternchen. Also man muss da wirklich weitergehen, drüber nachdenken. Wie kann man eigentlich in die Themen reingehen? Ich finde es zum Beispiel auch, also wenn es jetzt wirklich nur um Chefs geht und da sitzen nur Chefs, dann schreiben wir auch Chefs. Oder wenn es nur Chefin sind, dann schreiben wir auch Chefin und dann ist da kein Sternchen dazwischen. Ich finde, das Thema kommt relativ spät auf die Agenda ein. Ich werde mal sehen, wie lange schon ein Kampf um Gleichberechtigung ausgehend vom Wahlrecht, das sicherlich auch wichtiger ist als gendergerechte Sprache noch, sind wir ja doch schon relativ spät jetzt in der Entwicklung 2020, wo das Thema jetzt mit Vehemenz angegangen wird. Vorher war es ein Medial zum Beispiel, denke ich, eher so ein Thema für Taz oder so, ein Jahr zuvor. Stimmt. Jetzt sieht das ein bisschen anders aus. Weshalb hat das so lange gedauert? Muss man immer ein Thema in Angriff nehmen? Die anderen Themen sind ja noch nicht abgeschlossen. Pay Gap, Quoten, Vorstände, Aufsichtsraten. Das ist seltsam, wenn es die Sprache doch nachlaufend ist vom Angang her. Also tatsächlich kann ich dir das nicht genau beantworten, aber es gibt natürlich Wellen für Themen. Das ist ganz klar so. Bin mir auch gar nicht sicher, ob bei dem Thema gendergerechte Sprache jetzt irgendjemand mit einer ganz klaren Agenda rausgegangen ist und gesagt hat, ich will jetzt das Thema total besetzen, als das so aufgekommen ist. Es ist irgendwann auf einmal da gewesen. So habe ich das ein bisschen eher wahrgenommen. Aber es gibt ja immer so Themen, Karrieren, würde ich sagen. Ein bisschen muss man alles Step by Step machen. Also wir haben noch ein paar Themen auf unserem Zettel, die wir sehr gerne sozusagen mit ganz oben auf die Agenda setzen wollen. Das werden wir auch bei unserem Ausblick machen. Jetzt kommen wir erst mal, apropos Ausblick, auf den kommenden Oktober. Wie haben wir schon gesagt, ihr seid ja viel mehr als ein normales Medium. Da geht es wieder in den Female Future Force Day. Ja, 2020, Oktober jetzt. Kannst du mal beschreiben, für alle, die den FFF Day noch nicht kennen, was die Teilnehmerin da erwartet? Ja. Wann geht es da? Es ist unser großes Konferenzformat, von dem wir eigentlich schon immer geträumt haben, aus dem ganz einfachen Grund. Aber jetzt schon mehrmals gemacht jetzt, ne? Ja, wir machen es zum dritten Mal in diesem Jahr, genau. Es wird der dritte Female Future Force Day sein. Aber das Ziel war eigentlich, oder ist es auch immer noch, Leute in der echten Welt zusammenzubringen und so ein bisschen Edition F zum Leben zu erwecken, könnte man sagen. Weil irgendwie das Digitale ist schön und so, es ist aber am Ende doch sehr unpersönlich und es gibt ein Riesenbedürfnis unserer Leserinnen und Leser, sich live zu sehen, sich kennenzulernen und so weiter und so fort. Netzwerke zu bilden, sich gegenseitig nach oben zu heben und so weiter und so fort. Und dieser Gedanke, Frauen und auch tollen Männern eine Bühne zu geben, ist ja einer, der uns sehr nahe liegt. Ja, unbedingt. Aber man muss tatsächlich sagen, von den 4000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gibt es dann wahrscheinlich so, wenn es hochkommt, 300, 400. 4000 Leute waren es beim letzten Mal? Ja. Das ist schon eine ganze Ecke. Ja. Da seid ihr auf dem Flughafen Tempelhof seitdem, ne? Richtig, genau. Letztes Jahr auch, ne? Ja, letztes Jahr auch. Okay, da habt ihr die Räumlichkeiten. Ja, genau. Netzwerken, aber auch Informationen, Weiterbildung letztendlich. Wenn man ganz altbacken sagt, ist es eine Weiterbildungsmaßnahme auch. Es ist auch eine Weiterbildungsmaßnahme, auf jeden Fall. Wir haben eine Karrierebühne, da geht es wahnsinnig viel um Arbeitsthemen. Also von irgendwie Führungsthemen über Themen rund um neue Arbeit und so weiter und so fort. Also da gibt es wirklich viele unterschiedliche Aspekte. Und dann haben wir, würde ich sagen, so eine Bühne mit sehr vielen gesellschaftlichen Themen. Also alles, was rund um gesellschaftliche Weiterentwicklung Feminismus, Rassismusbekämpfung, Familienthemen und so weiter und so fort sich dreht. Und dann haben wir eine Bühne, da würde ich sagen, da geht es im Großen und Ganzen um Inspiration. Also einfach schlaue Köpfe, von denen wir im Team irgendwie in den letzten Jahren vielleicht schon mal gelernt haben, gehört haben oder wie auch immer. Und wo wir sagen, die brauchen eigentlich eine noch größere Bühne. Und dann haben wir Masterclasses, das ist so die Ergänzung dazu. Und da geht es ganz viel um wirklich persönliche Weiterentwicklung. Also wie ist es für mich eigentlich selbst? Wie kann ich mich weiterentwickeln in bestimmten Bereichen? Du hast sogar mal gesagt, der FFF Day 2018 war einer der schönsten Tage deines Lebens. Was genau war da so umwerfend? Ich glaube, dieses Gefühl... Oder gell das für 2019 auch wieder? Es war noch besser, würde ich sagen. Man lernt ja in jedem Jahr total viel dazu. Aber das, was ich damit meinte, war eigentlich dieses Gefühl, auf der Bühne zu stehen und zu sehen, dass das, was wir sonst immer nur digital gemacht haben, wirklich so lebt. Und dass es sich verbindet miteinander. Das war für mich, glaube ich, so ganz persönlich einfach sehr schön zu sehen, dass da so neue Verbindungen entstehen. Und auch das Bedürfnis danach wirklich so groß ist, sich gegenseitig zu helfen und so. Und das war schön, ja. Einige haben sich über die Preise beschwert, offenbar. Der beim Guten, muss ich sagen, aus unserer Warte, der so Marketing-Konferenzpreise gewohnt ist, um die 1.000 Euro. Ja, richtig. Dann über mehrere Tage zwar, aber trotzdem doch ein mächtiger Preis. Dann muten eure 50, 149 Euro, glaube ich, Early-Bird-Preise. Ja, richtig. Muten ja sehr, sehr günstig an im Vergleich. Ist eure Klientel dann doch nicht so zahlungskräftig oder ist man nur so Konferenzen nicht gewohnt zu? Ich glaube, der springende Unterschied ist, dass es keine Fachkonferenz ist. Also du hast natürlich wahnsinnig viele Fachkonferenzen mit diesen Preisen von irgendwie OMR über was auch immer. Wo denn auch Tausende Euro, glaube ich, vollkommen legitim sind. Oft die Unternehmen auch dafür bezahlen. Und wir machen das Ganze an einem Samstag, was schon eher dafür spricht, dass es sozusagen Privatvergnügen ist. Trotzdem gibt es sehr, sehr viele Firmen, die auch Tickets für ihre... Voll ich was fragen. Es kommen also auch Leute auf Firmentickets. Ja, sehr, sehr viele. Für die ist das ja ein Schnäppchen. Ist ein super Schnäppchen. Also ich würde sagen, es ist wirklich die günstigste Weiterbildung, die man so ungefähr kaufen kann für sein Team. Insofern würde ich auf jeden Fall zuschlagen, wenn ich Arbeitgeber oder Chefin oder Chef wäre. Aber die Beschwerde kommt tatsächlich, glaube ich, aus diesem feministischen Bild, was es von Edition F gibt. Und aus diesem Gefühl, jeder soll teilhaben können. Man muss aber sagen, so eine Konferenz kostet roundabout eine Million. Mit Location, Technik, Sicherheit, Team bei uns, was ein Jahr daran super intensiv arbeitet, Personal vor Ort, allem Möglichen. Also ich könnte jetzt sehr lange in der Aufzählung sein. Und meistens beschweren sich die gleichen Leute über die Ticketpreise und über die Partner. Und am Ende sind es vielleicht drei, vier Prozent. Und man muss sagen, dann ist es nicht das Angebot für euch. Also das muss man dann einfach so sagen. Wir haben es echt versucht, so günstig wie möglich zu machen. Es gibt ermäßigte Tickets, die 69 Euro kosten, was, glaube ich, echt jeder Studierende sich fast leisten kann. Und so muss man ein bisschen für sparen. Kann man sich vielleicht auch mal zum Geburtstag schenken lassen oder so. Also wir versuchen da echt ziemlich viel möglich zu machen. Aber irgendwie müssen wir auch unser Team fair bezahlen. Das gehört auch mit dazu. Ja, klar. Kennen wir, kennen wir. Was wird in diesem Jahr besonders am Female Future Force Day? Empfängst du in den anderen Jahren? Was ist, gibt es ein neues Schwerpunkt? Ich würde sagen, wir schließen schon daran an, was wir gemacht haben. Ich fand es letztes Jahr echt schon ziemlich gut. Wir werden natürlich irgendwie an Logistik und Co. weiterfeilen, dass man nicht mehr ganz so lange anstehen muss. Und dass es schnellen Kaffee für alle gibt und so. Das waren so Themen, die immer wieder aufkamen. Inhaltlich waren wir schon echt gut. Und ich mache mir da manchmal, denke ich mir selber so, da noch einen draufzusetzen, wird gar nicht so wahnsinnig leicht. Aber wir feilen gerade am Programm. Und ich kann von meiner Seite aus sagen, dass ich schon richtig viel Lust wieder drauf habe. Und eigentlich ein bisschen traurig bin, dass ich auch Gastgeberin sein muss und Moderatorin und so und gar nicht so wahnsinnig viel selbst mitnehmen kann. Aber ich würde sagen, wir werden vielleicht ein Stückchen noch politischer, ein bisschen noch außergewöhnlicher, was die Speakerinnen und Speaker angeht. Und ein bisschen noch tiefgreifender in den Masterclasses. So, das ist mein persönliches Ziel. Dann, Leute draußen, lohnen sich die 69er-mäßig sogar oder 149, was ich gelesen habe, Early Bird, auf jeden Fall. Weniger wow waren die letzten Medienberichte, die man über euch im Spätsommer frühjabend lesen konnte. Und dann hat sich das Manager-Magazin mit euch beschäftigt. Recht überraschend. Eigentlich sind wir mehr bei Tesla, Volkswagen, Siemens und so unterwegs, aber haben sich dann große Ehre Edition F angenommen. Wie sieht die Situation heute aus? Wie geht es euch so? Ohne jetzt zu sehr Einblicke in eure Bücher nehmen zu wollen. Wie optimistisch bist du gerade? Ich bin ganz optimistisch, ehrlich gesagt. Letztes Jahr war echt... Also ich würde sagen, so in den sechs Jahren, die wir das machen, war letztes Jahr echt so die tiefste Teilfahrt, die ich mir vorstellen kann, was mit finanziellem Druck zu tun hatte, aber was in erster Linie, glaube ich, damit zu tun hatte oder nicht, glaube ich, sondern das weiß ich ganz genau, dass es emotional auch war, Teile vom Team gehen zu lassen, weil wir das vorher so noch nicht hatten. Auch in der Chefreduktion? Ja, das hatte jetzt ein bisschen andere Hintergründe. Teresa war fünf Jahre bei uns und hatte dann einfach auch mal Lust, was Neues zu machen, glaube ich. Sie kennen das? Und wir vielleicht auch und so. Und dann war das wahnsinnig wertvoll für beide Seiten, glaube ich, für die fünf Jahre. Und es ist jetzt irgendwie auch ganz gut, dass es jetzt so ist. Es geht um die Chefredakteurin Teresa Bücker. Nur mal für alle da draußen, die es nicht wissen, ein Aushängeschild durchaus. Braucht ihr da, um mal kurz einzuhaken, müsst ihr das durch ein anderes Aushängeschild ersetzen? Ja, da kommt bald eins. Gut, kannst du schon sagen, wer? Nee. Okay, wir sind gespannt. Okay, aber im März wird jemand Neues kommen. Ja, schön. Genau. Und auf jeden Fall das Team verstärken und so. Und redaktionell, glaube ich, dann in der Zukunft auch wieder mehr für Schlagzeilen sorgen. Weil das ist uns einfach wichtig, dass wir da unser Profil weiterentwickeln und dass wir wieder stärker Themen mit auf die Agenda setzen. So, das ist da der Plan. Aber wenn es jetzt um letztes Jahr und diese Talfahrt geht, dann war es wirklich dieses emotionale Thema, dass sich das Team durcheinander gewürfelt hat. Wir haben Leute gehen lassen müssen, aber wie du richtig schon sagtest, sind auch Leute gegangen, die wir gar nicht unbedingt wollten, dass die gehen und so. Und was aber auch total verständlich ist in so einem Prozess, weil da spielen dann Themen eine Rolle wie, wo ist mein Ort hier? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Wie sicher ist mein Arbeitsplatz? Und so alles Themen, die ich total gut nachvollziehen kann. Und das Härteste war, dass auch Suse und ich, also Suse, meine Mitgründerin, die nicht gerade dabei ist, die, ja, wir haben echt auch selber so eine Stillstandphase gehabt, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Und es war so eine Stillstandphase, wo wir selber gar nicht so richtig wussten, wie es weitergeht. Also wofür machen wir das eigentlich alles? Und wir, wir und das Team, wir arbeiten so hart an was und wir wollen echt was bewegen. Und irgendwie funktioniert das gar nicht so, wie wir uns das wünschen. Und so ein Geschäftsmodell einzustellen, was uns vielleicht zwei Jahre vorher echt den Arsch gerettet hat, war auch nicht so leicht. Du sprichst von der Online-Akademie. Ja, ich spreche von der Online-Akademie, die jetzt zum 31.03. diesen Jahres auslaufen wird, aber die man schon lange jetzt nicht mehr kaufen kann sozusagen. Es sind nur noch die Nutzerinnen und Nutzer drin, die das schon vorher erworben hatten. Und das war auch super schwer, weil wir haben alle so viel Gehirnschmalz und Liebe und Leidenschaft da reingesteckt. Und eigentlich glaube ich auch nach wie vor total an dieses Weiterbildungsthema. Aber man muss sagen, wir hatten zu wenig Geld dafür, um das so zu machen, dass es funktioniert hätte. Also man hätte dann echt nochmal eine Finanzierungsrunde aufnehmen müssen, um in Marketing zu investieren, um in Technologie zu investieren und das halt wirklich richtig groß denken müssen. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das sozusagen innerhalb der Firma Edition F hätte funktionieren können oder ob dann die Marke Edition F mit dem Magazin und so immer stärker in den Hintergrund gerutscht wäre. Insofern glaube ich, dass es vielleicht auch schlussendlich ganz gut ist, dass es so gekommen ist. Und wir fühlen uns irgendwie jetzt wieder freier am Kopf und haben Platz gehabt, die Sachen, die wir sonst gemacht haben, irgendwie gut zu machen letztes Jahr. Und wir haben positiv abgeschlossen das letzte Jahr, was echt ich nicht gedacht hätte zwischenzeitlich und was sehr schön ist. Insofern kann ich sagen, dass Manager Magazin und andere Medien, die dann sehr spät, so im Spätsommer, wie du gesagt hast, darüber berichtet haben und denen wir eigentlich auch sehr deutlich gemacht haben, dass es diese Krise, die sie so gerne herbei beschwören wollen, in der Form nicht mehr gibt. Die gab es im März, ganz klar, auf jeden Fall. Da standen wir finanziell am Rücken und es war sozusagen die letzte Möglichkeit, jetzt noch alles rumzureißen. Also diese Entscheidung hätten wir nicht getroffen, wenn wir geglaubt hätten, dass es eine andere Möglichkeit gegeben hätte. Aber wir haben einfach gedacht oder gespürt, wenn wir das jetzt nicht machen, dann ist vielleicht ganz Edition F gefährdet und das wollten wir eben nicht. Sprich, die Online-Akademie zu schließen, weil sie zu teuer war. Ja, weil wir einfach am Ende ungefähr 10.000 Euro mehr pro Monat Ausgaben hatten als Einnahmen. Sozusagen belastet abgeschmissen, muss man dann ja sagen. Richtig, genau. Nun bemüht ihr euch um neue Einnahmequellen, Paid-Content, habe ich vorher schon gehört. Euer Podcast soll, wenn man es hier sagen kann und wir es nicht rausschneiden müssen, soll Paid-Content werden. Wird das ein singulärer Schritt bleiben oder wollt ihr eure doch sehr uniken Angebote, die ihr macht, generell stärker auch mal hinter einem Paywall stellen? Ja, das ist schon was eher Generelles. Nicht alles, also es wird so sein. Wir haben geschafft und das ist irgendwie total schön, diesen Event-Bereich und das Branded-Content profitabel auszubauen. Es trägt uns, aber wir glauben, dass es einfach schön wäre, auch im redaktionellen Bereich noch ein bisschen mehr machen zu können. Und wir glauben, dass es dafür einfach auch den zahlenden Leser, die zahlende Leserin braucht und wir so einfach mehr Freiraum in Zukunft generieren können. Und die Idee ist, dass wir unter anderem den Podcast dahinter machen werden. Der wird aber auch sich ein bisschen weiterentwickeln. So viel kann ich schon sagen, kann auch nicht ganz genau sagen, wie. Und es wird auch ein bisschen, wir gucken uns auch ein paar Sachen aus der Female Future Force Academy ab. Also wir haben uns sehr stark gefragt, was ist das, wofür wir glauben, dass die Leserinnen und Leser eine Bereitschaft mitbringen zu zahlen. Und wir glauben nicht, dass das zum Beispiel die gesellschaftlichen Themen sind. Und die wird es nach wie vor freigeben, weil wir glauben, dass es super wichtig ist, dass die eine Reichweite haben, dass die ganz breit in die Netzwerke getragen werden. Aber es wird bestimmte Angebote geben, wo wir sagen, da geben wir uns Mühe, da bauen wir aus und dafür wollen wir Geld haben. Dann haben wir zwei Vorhaben schon skizziert. Paid Content, neue Chefredakteurin Merz, noch mehr auf Agenda. Wir hatten ja vorher angesprochen, dass es doch noch so kommt. Ist ja schon ein bisschen was. Ist schon ein bisschen was. Also ehrlich gesagt glauben wir, dass dieser Paid Content Ausbau sozusagen schon eine sehr große Sache sein wird, die uns dieses Jahr einfach und auch die nächsten Jahre... Nennt ihr das dann auch Plus, wie alle anderen? Ja, wir nennen das so, ja. Wir haben lange darüber nachgedacht, ob wir irgendwas wieder mit viel mehr Future Force machen oder einen ganz neuen Namen und so. Ich muss aber sagen, wir haben so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass einen das auch wegtragen kann von der Kernmarke Edition F und deshalb wird das Edition F Plus heißen. Ja, ich meine Plus ist gelernt. Zu 99 Prozent, würde ich sagen. Also man weiß ja nie, auf welche klugen Ideen wir noch kommen in den nächsten Wochen. Und dann personell dann mit der neuen Chefredakteurin, um mal wieder auf das Thema zurückzukommen, hoffst du dann erstmal auf Stillstand? Auf Stillstand? Ich hoffe natürlich... Personell, nach den ganzen emotionalen Umwerfungen des vergangenen Jahres. Aber der Stillstand ist schon ein bisschen länger jetzt eingetreten. Ich würde sagen, dass wir sehr stabil sozusagen schon seit dem Sommer und im Team arbeiten. Aber die Redaktion ist einfach unterbesetzt. Und es ist ein Wahnsinnsjob, was die Fahre da machen. Wie viele Leute arbeiten jetzt insgesamt für euch? Insgesamt sind wir 20 ungefähr. Und die Redaktion davon? Drei gerade. Ach so. Social Media mit drin? Nein, extra? Extra, ja. Wie viele Social Media? Eine Person. Hört sich jetzt auch nicht so üblich an. Auch nicht so wahnsinnig. Aber ehrlich gesagt, jedes Team macht auch Social Media ein bisschen. Wir haben das jetzt nicht stark getrennt. Also dass man... Das Marketing macht Social Media. Die Redaktion lebt Social Media mit. Suse und ich machen Social Media. Im Event-Bereich entstehen bestimmte Social Media. In der Native-Redaktion entsteht Social Media. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, hier ist Social Media und hier sind die ganzen anderen Bereiche, sondern es ist eher etwas, was mitgedacht wird. Aber in der Tat haben wir auch eine Person, die sich darauf konzentriert. Wunderbar, Nora. Ja. Wir sind am Ende des Gesprächs. Vielen Dank, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Ja, lieben Dank für den Besuch. Und an die Hörerinnen und Hörer möchte ich noch hinterlassen, dass die Monsters auf Content Marketing auch in Zukunft gratis und frei verfügbar bleiben. In diesem Sinne, bis bald. Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters auf Content Marketing. Schaut nicht unters Bett. Schaut unter www.fischerappelt.de